Ich hoffe, Ihr neues Jahr, liebe Zuschauer, wird lebendiger und farbenfroher. Das wünschen wir von Hallo Deutschland Ihnen. Toll, dass Sie uns 2015 so treu waren. Hat Spaß gemacht. Adieu heißt's morgen um diese Uhrzeit. Susanne Konrad erinnert an Menschen, die in diesem Jahr von uns gegangen sind. Kommen Sie jetzt gut ins neue Jahr. Meine Kollegen und ich, wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr. Jetzt machen wir hier ein bisschen sauber, räumen auf. Und am 4. Januar sind wir schon wieder da mit Hallo Deutschland. Tschüss! Und dann kommst du langsam ranfahren, oder wie? Sehr heiß gelehrt. Heute wird der Film eine Riesen-Erfolge. Ich war schon bald. Ich kann mir gerade nicht sehen, da gibt es vielleicht 15. Wir müssen noch mal machen. Ich kann den Decks fast auswendig.